Ich bin im Urlaub und kann nichts hochladen, Special. Ha 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 ha. Ja, ganz recht, es ist mal wieder Zeit für mich Urlaub zu machen. Das bedeutet, vom 12. bis einschließlich 19. September bin ich nicht erreichbar und in diesem Zeitpunkt können dann auch keine Let's Plays hochgeladen werden. Was ich mache? Ganz einfach. Ich fliege mit meiner Frau zusammen an den Goldstrand nach Bulgarien Andersrum, nach Bulgarien an den Goldstrand. So, ja, okay. Auf jeden Fall können in dieser Zeit keine Videos hochgeladen werden. Was bedeutet, dass das Finale von Super Mario Galaxy 2 noch ein bisschen auf sich warten muss? Ähm, ist auch noch nicht ganz aufgenommen. Es fehlen, glaube ich, noch, weiß nicht, ein paar Sternchen sind es nur noch auf jeden Fall. Also nicht mehr viel. Das Projekt wird dann, ich denke mal, Anfang Oktober fertig hochgeladen sein. Ja, Pilotwings genau dasselbe. Das wird auch erst im Oktober abgeschlossen werden. Mit Zul geht es mit den letzten Parts weiter, sobald ich wieder zurück bin. Also ich denke, das werde ich Ende September fertig haben. Aber wie gesagt, in der Zeit vom 12. bis 19. September auf jeden Fall keine Videos, weil ich nach Bulgarien fliege und meine Flitterwochen dort sozusagen verbringe. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Es werden sich wahrscheinlich in dieser Zeit wieder Freundschaftsanfragen in meinem Postfach häufen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal was sagen. Der gute alte Carpile-Up hat es auch schon mal bei einem seiner Videos erwähnt. Nämlich das Problem mit den Freundschaftsanfragen. Auch ich werde es in Zukunft nämlich so machen, oder mache es schon eine ganze Weile jetzt so, dass ich nur noch die Leute annehmen werde, mit denen ich wirklich auch Kontakt habe. Also es bringt nichts, wenn ihr mir eine Freundschaftsanfrage stellt, wenn ihr einfach nur meine Let's Plays schaut. Ich meine, ich freue mich ja, dass ihr meine Let's Plays schaut, aber deswegen sind wir noch lange keine Freunde. Also eine Freundschaftsanfrage ist wirklich was, auch für Leute, die sich gut verstehen, die sich kennen. Dafür ist eine Freundschaftsanfrage gut. Und wenn ihr mich einfach nur kennt oder euch meine Videos nur anschaut, vielleicht zum Teil noch nicht mal meine Videos anschaut, dann kann ich euch nicht als Freunde annehmen, es tut mir leid. Also bitte nur dann eine Freundschaftsanfrage stellen, wenn wir wirklich vielleicht mal den ein oder anderen Satz miteinander gewechselt haben. Dann vielleicht. Aber sonst nicht. Also bitte in dieser Zeit nicht allzu viele Freundschaftsanfragen stellen. Ich mag es nicht, wenn man Postfach so überquillt. Ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr diese Let's Play-lose Zeit von mir übersteht. Also eine Woche lang kann leider nichts hochgeladen werden. Aber gut, danach geht es ja wieder voll weiter mit den restlichen Parts von Zool, mit den restlichen Parts von Super Mario Galaxy 2 und natürlich mit den restlichen Parts von Pilotwings 64. Ja. Genau. Und das, würde ich sagen, war eigentlich auch schon alles, was ich sagen wollte. Ich hoffe, ihr übersteht diese Woche. Es gibt ja noch genügend andere Let's Player, die ihr euch in dieser Zeit anschauen könnt. Schaut einfach mal in meine empfohlenen Kanäle. Ja. Oder, ja, macht was ihr wollt, auf jeden Fall. Von mir erst einmal. Keine Videos mehr. Denn ab morgen bin ich im Urlaub und kann ich's hochladen. Ja. 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 Ne. Bis zum nächsten Mal.